Roach, ich bin aufgeflogen. Stillverhalten und Feuer einstellen. Oh oh. Uh. Schöne Scheiße. Roach, schnell, klar, B. Wenn er mir schon so einen wunderschönen Countdown liegt, dann nutze ich ihn doch mal gleich direkt aus. So. Ich denke mal, die Tarnung ist aufgeflogen. Jetzt holen wir uns eine andere Waffe. Äh. Uh. Mach Platz da. Okay. Vector? Ja, Vector ist auch gut. Nehmen wir die Vector. Äh. Wow. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ah, shit. Äh, kannst mich mal. Ich bleib jetzt hier erstmal liegen, bis ich mich ausporiert hab. Äh. Okay. Aber da hinten ist auch noch einer. Ja, ja, Moment. Mach mir keinen Stress hier, ja. Scheiße. Ich. Denke, jetzt kann ich los. Unten bleiben. So. Das gibt's ja wohl nicht. Also irgendwie hab ich mir die Vector ein bisschen schneller feuern vorgestellt. Nehmen wir die Dragunov. Ach ne, das ist ja so blöde Sniper. Was soll ich mit der Sniper hier? Oh, scheiße. Sorry, Max. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Äh. Ja. Schneemobile. Und. Ja. Jede Menge Feuer, von jede Menge Seiten. Ah. Absteigen. Ha. Hab euch. Runter. Puh. Und. Direkt mal in Deckung gehen hinter ner Gebäude. Da kommt. Verreckt, verreckt. Ach scheiße, nur noch 18 Schuss. Na egal. Das sind eh die letzten, glaub ich. Wow. Okay, nehmen wir die A-T-R. So, ich glaub ich hab's ja alle. Ei, ei, Sir. Mit dem größten Vergnügen. Sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Ja, super. Zwei Kilometer in die Richtung. Sieht gut aus. Woow. Damn. Okay, noch ein neuer Versuch. Schade, ich dachte ich hab's ohne einen einzigen Fail hier durch. Aber, es sollte wohl nicht so sein. Yo. Von wo werde ich hin getroffen hier? So. Verreckt, ihr Arschlöcher. So. Boah. Scheiße. Ich nehm auch wirklich jeden Baum mit heute. Wuh. Schieß woanders mit der Scheißraketen, Mann. Nee, nee, nee. Mich kriegst du nicht. Damn. Was ist los heute? Mein Gott. Okay. Auf ein neues. Na gut, wir sind anscheinend schon so weit gekommen, dass wir nicht wieder von Anfang an fangen müssen. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich werde hier irgendwie die ganze Zeit getroffen. Ob eh. Oh. Äh. Also irgendwie immer ein blödes Glücksspiel dieses Ding. Also diese. Dieses Rennen, weil man kann hier nirgendwo in Deckung gehen. In blöder Weise. Ich halte einfach blind drauf. Ja. Irgendwie befinden wir uns gerade in der Zwickmühle, habe ich das Gefühl. Wir kommen nicht voran. Ja. 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 Ist klar. Das ist dieselbe Stelle wieder, oder? Ja. Ja. Es geht also. Ja. Ich halte mich doch. Ja. Und alle. Ich habe also nun mal einen Falcon. den bäumen vorbei und keine brücke kein problem ja 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 da ist er mal eine heli rein so damit wäre die mission beendet und ich denke ja die video sequenz wird eingeläutet das wäre dann die nächste mission die seht ihr dann das nächste mal vielen dank für sein schalten